hallo hier ist martin von money monkeys dass die dax analyse für montag den 2.5.2022 und unser dax hat hier bisschen drama green gespielt am freitag ich habe viele möglichkeiten durch gesprochen mit euch was man so zum freitag kennt was eigentlich glaube ich was man in ersten zwei drei minuten schon gesagt haben was letztendlich dann gewesen einfach hier mal drüber hauen so hat man gesagt einfach mal drüber hauen über die 150 stopf rausholen und dann ist eigentlich fertig dann hätte er gar nichts mehr könnt ihr irgendwie rum eiern zwischen 14.000 und da oben 14 150 1461 im endeffekt ist es das geworden auch wenn er mögliche andere szenarien gut angespielt hat die wir auch besprochen haben also das war irgendwie so von allem irgendwas aber am ende auch gar nichts und am ende wirklich nichts naja also am ende war ganz schwach so und da bin ich jetzt auch wirklich ein bisschen im konflikt mit mir selber weil wir das jetzt schon öfteren mal haben dass wirklich die letzte stunden kerze mir eigentlich die analyse versaut naja weil man weil man irgendwo drunter ist oder so weiter das haben wir jetzt die letzten tage immer mal wieder gehabt wirklich die letzten zwei stunden oder die letzte stunde einfach noch mal so ein kreppierer worte und er abgeht weil an sich hat er exakt das gemacht was ich mir jetzt hier vorgestellt habe er ist ja einmal drüber gegangen so hat man es auch gesagt der musste nicht an die linie da oben dran kann einfach bloß hier die ersten stops wegholen von hier die eben reingekommen sind als dieses glas embargo thema aufkam die sollte im stopp abfangen dann noch einmal zurück damit die angeködert werden so nach dem motto ich habe recht gehabt der markt fällt gehe wieder rein und dann sollte rausgehen so was ist was hat er jetzt gemacht wir haben jetzt hier die shops rausgetreten von denen die hier aufs öl embargo angesprungen sind haben die quasi rausgenommen die die stop loss übersetzt hoch gemacht haben das ist ja eigentlich recht gängig das machen viele so und dann hat er unten angezogen wieder mit öl embargo das heißt die leute die jetzt hier im stopp loss rausgestoppt wurden die sind gegebenenfalls jetzt hier sogar paar hundert punkte unten drunter wieder eingestiegen und die könnte jetzt eben auch ausschmieren und die können jetzt eben auch ausschmieren mit ein bisschen dynamik aber die letzte kerze ist mir ein bisschen zu massiv das ist es mir der ich kann kann ich nicht jetzt mich einfach hinstellen und sagen hatte geht montag oben raus halten auch wenn ich das ich sag mal stand der situation an an dem punkt am freitag 20 uhr da noch felsenfest dahinter gestanden hätte aber das ist mir einfach ein takt zu tief der ist auch aus dem aus dem aufwärtstrend raus wenn ich jetzt hier eine trendlinie ziehen würde also runter kommt vom letzten hoch recht dynamisch runter hat mit drei katzen das ausgearbeitet was er vorher mit gut sieben acht kerzen hoch zugeschafft hat also das könnte auch im blödesten falle neuer abwärts trend impuls werden dass er sagt okay hat jetzt hier eine kleine flacke beendet der macht jetzt hier weiter und dann kann das sein dass der montag plus kurz nach oben den kopf früh morgen vielleicht in die xitra start rein einfach mal ein bisschen positiv läuft so nach dem motto sportbankäufe und so weiter und dann sich nach unten abschmiert und das hier quasi so eine erste abwärtswelle so ein erster teil abwärtswelle gewesen ist dann kommt er kurz hoch gucken und dann kriegt er die nächsten drinnen da und da muss man dann wirklich ein bisschen gucken wie verhält er sich um den xitra start rum ich glaube das wird zum montag alles entscheidend dann sein je nachdem ob er den nach oben meistert oder nach unten weg bricht also was was kommt nach nachdem der xitra öffnet wird und dann sehen wir dann neue tagesteams sehen wir dann neue tageshochs wie verhält er sich das würde ich ab dann einfach tracken und vorher gar nicht so viel geben auf das was vorher passiert ja sondern wirklich dann erst wie der xitra handel reinkommt weil ich sage mal der ist schon eigentlich schön der xitra hat auch hier oben geschlossen 17 30 also der ist eigentlich noch gut auf meiner route es ist nur die letzte kerze die mich hier wieder stört das hat man die letzten tage schon immer mal wieder gehabt dass wirklich die letzte kerze also auch so was hier auch so was hier das waren immer so die kerzen die einfach noch mal nach unten rausgestellt wurden auch auch hier wir haben das so oft die letzten tage gab es immer wieder die letzte stunden kerze abgekippt ist auch hier letztendlich auch schwache schluss kerze so dass wir sagen mussten naja dreht ein und so weiter der muss wirklich stand per gap über 8 50 und er hat es aber auch immer wieder gemacht hat er hat er hat nie die bärischen signale getriggert in den letzten tagen sondern eher die bullischen wenn er so rausgegangen ist und deswegen sollte man da wirklich sehr sehr genau hingucken weil im zweifel kommt der montag rein und rennt hier nach oben durchhalten also dann kann er direkt die 250 an rennen wenn er sich gut macht und ich sage mal nach 9 uhr nach 10 uhr sich über 14 50 wieder drüber gestellt kriegt dann steht er nicht zum weg hoch an 14 52 und dann vielleicht auch schon einen schritt weiter zu gehen ja dass da da sollte man schon aufpassen aber ich kann das risiko hier nicht weg reden wenn der hier weiter fällt wenn der hier zur schwäche tendiert dann geht hier zunächst das gap zu und dann geht er auf die 47 und wenn er hier unten steht dann sieht das nicht mehr gut aus ja wenn der hier unten steht dann haben wir aus aus der perspektive ich sag mal von hier kommt tiefer hoch tiefer hoch und dann müsste ein tieferes tief kommen das heißt wenn er jetzt hier weiter weg gibt am montag wenn er sich schwach zeigt und nicht nach oben jetzt eskaliert und durchdreht am am ersten mai mai sell and go sell and go away gibt es ja auch so ein schönes sprichwort wenn er das annimmt und hier unterhalb von 900 unterhalb von 69 tendiert oder man kann eigentlich auch sagen unterhalb von 14.000 14.000 wäre jetzt so ein punkt wo es sich schön runter drehen kann wenn er da hinkommt wenn er vielleicht ein bisschen positiv reinkommt und er dreht sich dann nach unten dann wäre aber für mich 13.740 das ziel das ist der gap close hier und dann auch ein neues teps muss man so sagen dann geht er unter die 13.578 runter und da ist eben auch noch ein offenes gap bei 13.540 so dass man sagen könnte 13.740 bis 13.540 wäre am montag in einem negativ szenario im anlaufziele das heißt wenn ihr seht der markt ist schwach der kommt komisch rein der tendiert nur flach nach oben und dann kickt er sich immer wieder dynamisch nach unten dann short suchen richtung 47 richtung 5 40 halt rückläufe nutzen und so weiter wenn ich aber sehe der ball hat mir hier nach oben durch und macht auch nach dem skater start stunde für stunde neue tageshochs dann sollte man sich darauf einstellen dass er wirklich laufen kann ein bisschen halt also dass auch gut bewegungen abspuren kann und dass man sich da nicht verkämpft mit mich hat das am freitag schon gewundert das habe ich noch nie gesehen also da waren bei uns so viele short gewesen da ich mir schon gesagt also das kann eigentlich nicht funktionieren aber es hat funktioniert die wurden alle bedient in ihrem short und erfahrungsgemäß sollten die dann eben auch aufpassen wenn dann so ein abwärtstrend bricht das funktioniert dann eben nicht mehr wenn man sich dann einfach immer die neuen hochshort rein stellt und dann noch mal nachkauft und noch mal nachkauft und noch mal nachkauft das haben viele gemacht die wurden da wirklich belohnt am freitag das hat mich schon ein bisschen gewundert aber da muss man eben aufpassen wenn man das jetzt dann in so einem trendbruch macht kann das wirklich passieren dass man die einstieg in eine ganze weile dann erstmal nicht mehr wieder sieht und sich dann wirklich gut gut was ins genick schießt da muss man wirklich aufpassen und vielleicht auch sagen okay habe ich jetzt mal glück gehabt letzte woche sollte ich für nächste woche mir vielleicht eine anderes andere strategie überlegen weil es passieren kann dass das dann eben nicht wieder klappt aber das habe ich noch nie gesehen als davon bestimmt sechs sieben acht leute gleichzeitig short keiner lang normalerweise gibt es dann immer einen klatscher nach oben dann spuckt er so nach oben raus mal kurz holt die alle raus aber hat die alle bedient ja aber kommt auch mal vor die privaten anleger verlieren nicht nur von hier nur unterm strich am ende okay gut ja dann sind wir soweit durch können wir einen tag ist schaut nach irgendein erkenntnis gewinnen vorherige katze wurde nicht komplett ausgekontertet wir sind aber vom mittleren band abgestoßen also von der sma 20 drehen wir uns nach unten bänder gehen aber auch schon fast zur seite stabilisieren ja also geben jetzt nicht unbedingt das risiko nach unten frei ja ne tag ist zurückstellen gibt mir jetzt kein signal wäre der kerzensschluss unter der vortages kerze gewesen wäre das ein kontersignal gewesen so ist es jetzt erstmal nur ein rücklauf und wir gucken mal also ich würde das szenario schon noch drinnen bleiben habe das auch im verteiler umgeschickt ich sehe den schon ein bisschen höher aber das ist kannte halten es ist wirklich also gerade das was in der letzten stunde gemacht hat dazu tief gekommen das muss am montag zügig ausgleichen sonst wird das gefährlich und dann geht da unten das geld bei 47 zu und an die 45 noch dann hat er wieder ein neues tief und dann geht das ganze geschmier wieder von vorne los dann würde wieder anfangen seitwärts zu tendieren wieder zurücklaufen und so weiter gut okay dann machen wir jetzt hier zu ich wünsche euch viel erfolg gutes gelingen dann hören wir uns morgen wieder bis dahin tschüss